Ruf mich an! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen, DJ WitBR und ja, wie wir hören, hier gibt es Musik und das nicht so knapp. Ich drehe hier mal den Swag auf. Ja, also hier ist echt Party angesagt. Ja, wir haben den Schild zur Verfügung. Wir haben auch eine Peitsche, wie ihr eben gesehen habt. Also das sieht jetzt eher aus nach einem Laserschwert, aber wir haben gleich eine Peitsche. Und damit müssen wir heran an eine Bälle zerstören oder kugeln. Und ja, wenn wir eine Bälle absolviert haben, geht es dann auch hier in den Tunnel mit der fliegenden Plattform und dann wird es richtig heftig. Ich würde sagen, ich zeige euch das einfach jetzt mal eine Runde und ich drehe mal ein bisschen auf 40 Prozent, würde ich sagen. Ja, also Spielablauf. Hier gibt es ja verschiedene Modis. Hier ist es jetzt bei Arcade. Treff Gegner, schütze dich, halte dich von den Wänden fern. Versuchen wir einfach mal und viel Spaß. Okay Leute, los geht's. Der DJ heizt die Platten an. Gucken wir, wie gut wir uns schlagen oder wie schlecht. Die ist nicht so ganz gut berechenbar, die Peitsche. Ja, wie man an meinen Kanalnamen sieht, ist es nicht ganz meine Musik, aber dennoch nicht verkehrt. Auch wenn wir ein paar Tupac-Klassiker lieber wären. Ha, den. Boah, das ist schwer. Okay, wenn man hier einmal raus ist. Man muss halt echt immer mit diesem Schwung. Also, jetzt schieße ich auch noch. Die sind ja gemein. Kann ich mir eure Lieder wünschen, ja? Okay, wenn man mehrere gleichzeitig in einen Schwung trifft, kriegt man Kombo-Punkte. Der Rumschauff reich schaltet. So, die Bahn fährt los. Und dann kommt man echt ins Schwitzen. Boah. Also, ich habe Beats hier überhaupt noch nicht gespielt, ich weiß. Asche über mein Haupt. Aber ich glaube, dass die selber da ... Ja, so, vor allem ist es einfacher, die zu treffen. Die Würfel. Hier muss man echt aufpassen, welchen Schwung man hier macht. Weil es, ja, wie ihr seht, verhält sich halt so wie eine Peitsche. Ha! Wollen die sich von hinten anschleichen. Das war schon für Tupac. Ja, Tupac ist nicht kompatibel mit diesem Spiel. Und das war leicht, ne? Da gibt es noch Tempo, schlag schnell, trifft präzise. Tanz, schlag im Rhythmus der Musik. Ne, ist klar. Möchte ich euch aber auch kurz zeigen. Okay, los geht's. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet hier. Bam, 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 bam. Mein Leben ist weg. Zwei Leben sind weg. Drei Leben auch weg. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht weit. Oh Gott, ey. Ne, das ist überhaupt nichts für mich. Sauers. Musical. Fügt Töne hinzu. Vermeide Stille. Mach einen gelungenen Mix. Vermeide Stille. Ich vermeide Stille, okay? Vocal, Kicks, Bass. Kick, Vocal. Bass. Wir brauchen Bass. Mix. Und Bass. Mit Bass kann man nichts falsch machen. Bl Rinz. Klisch. Ach, was? V, den,'s? Das ist ja so klein. Man kann man nicht mehr machen, wer die Kiegebe健美. Das ist vorne. Was? Das ist v, den. W, den, der Kiege. Ich wollte ja erst den Kick eigentlich. Drum. Mit was? Was für ein Mix, sau was. Ey, willst du jetzt? Ich glaube, wenn ich hier wirklich ein Mix selber machen würde, würde es sich mal überhaupt nicht anhören. Kick. Vocals. Ich brauche mehr Vocals hier. Dann, 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 dann. Drum. Kick. Vocal. Ja, jetzt dreht der DJ auch hier. Boah Leute, ich will den Schwitzen. Okay, reicht erstmal für den Mix hier. Machen wir nochmal hier Arcade. So, machen wir nochmal eine Runde hier. Ich möchte mal ein bisschen besser die Sachen hier treffen. Boah. Komm. Hey. Ja. Komm. Komm. Nein! Mann, hatte Glück. Mix hier. Energie. Äh, andere Richtung. Energie. Woh! Ein wundervoller Mixweidrat. Stirb! Ich habe aber Leben verloren hier. Sechs Leben habe ich noch. Das sieht man so ganz unten am Rand. So, jetzt aber. Keiner wird verfehlt. Ah, fuck! Ah, der war knapp. So schlecht bin ich jetzt glaube ich nicht. Ich hoffe, dass ich ein paar verpasst habe. Komm, geht der Dreh auf! Boah, wie kann man dabei so schwitzen? Ist doch nicht normal. Wow! Die hätte ich alle weggeballert. Okay Leute, das war DJ Whip VR. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und das Gameplay. Schaut mal, wir sind sogar 18er geworden. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. In der Bundesliga wäre es jetzt der Abstiegsplatz. Ja, das geht definitiv besser als das, was ich hier gemacht habe. Aber ich finde es echt nicht leicht, die Peitsche immer so zu schwingen, dass man genau trifft. Besonders wenn diese Plattform sich hier nach vorne bewegt. Ja, nettes Game. Wer auf diese Art Musik steht, ist hier auf jeden Fall gut beraten. Man kann ein bisschen Sport treiben. Also ich denke mal für ein Kreislauf ist mit Sicherheit gut. Ich habe echt gut geschwitzt. Ja Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr schon ein Abo gebt, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert über die neuesten Videos von mir. Dankeschön fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!